Schöne Folge, wir finden nicht mal Diamanten. Ah je. Da sind Diamanten. Juhu. Zwei, drei, vier, fünf, fünf, sechs. Was ist hier, Mann? Hallo, was ist denn hier? Lava. Die Diamanten. Hallo? Ach egal. Hm. Kein einziges Diamantchen. Diese sechs, die reichen mir noch nicht. Ich bin jetzt Diamantensüchtig. Immer wenn ich nach einiger Zeit Diamanten finde. Zuerst, dann finde. Und dann plötzlich so viel und so. Da wird man extrem schlecht. Hier ist nix. Mal hier weitergehen. Tach. Ja, das geht nach oben. Hm. Okay, gehen wir halt wieder zurück. Wenn wir da nichts finden. Gehen wir mal hier durch. Naja. Nicht gerade anständig hier. Mist. Naja. Immerhin etwas. Vielleicht hier noch schauen. Nein. Das ist noch nicht hier. Das können wir jetzt mal hier durch. noch mehr Labe uff das war knapp das Lava wird plötzlich ein bisschen grösser manchmal da muss man aufpassen wie lang ist die Lava denn noch? ich geh hier nicht hoch das könnt ihr mir vergessen wir gehen hier weiter was ist denn mit diesem Wasser los? früher war das Wasser viel besser nein die müssen natürlich machen dass man nicht so schnell schwimmen kann das kann niemand so schnell schwimmen nein nein das ist ja nicht normal ja schon wieder in den Berg ja schon wieder in den Berg dann gehen wir hier halt dort nach oben nehmen wir das Gold mit oh nicht schräffig viel Gold hui noch mehr Gold das ist nix da ist ein Swimming Pool komm schon dankeschön ja was soll man groß machen hier das heißt nur ein E-Garten da drüben mal schauen wir müssen weiter zurück zum Haus wir müssen weiter zurück zum Haus ok ok wir haben noch Platz man kann irgendwie schneller rennen wenn wir so an die Decke duscht keine Ahnung wie hm so dann machen wir hier steiten gängen hm hm da wird nix hier dünke seid aber wirklich dünke seid nächstes Mal wird volle Rohstoffe gibt es hier naja gehen wir zurück naja gehen wir zurück nein so jetzt zeig ich wie man nach oben kommt ach ich muss das noch bisschen heben jetzt jetzt vielleicht nicht ganz so hoch das ist blöd dass man das Wasser so viel weit nach hinten geht dass man das Wasser so viel weit nach hinten geht aber eben hinkommen werden wir einen Schritt noch weiter oben auch wenn es ein bisschen lang geht also wir sind oben also wir sind oben wir sind oben und legen das Zeug hier hin und legen das Zeug hier hin die Truhe ja ok ja dann machen wir das nächste Mal weiter haben wir hier irgendwo Diamanten drin nur die 6 Diamanten nur die 6 Diamanten hm ok also ähm ich muss mich ausruhen ein bisschen vielleicht mache ich später noch ein bisschen weiter oder so ja wenn es euch gefallen hat danke fürs zuschauen und ja bis zum nächsten Mal tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal